Ja, dann geh bitte ein Stück weiter, du kommst gerade in meinen Intimereich. Ja, dann geh bitte ein Stück weiter, bitte. Ich glaube, ich zeig dir einfach, wo meine Intimereich ist. Habt ihr gesehen, wer das war? Hier wurde gerade eine Dose geschmissen. Beleidigungen, Prügeleien oder sogar Messerangriffe. Damit müssen sich Türsteher tagtäglich im Nachtleben herumschlagen. Sie kontrollieren, wer reinkommt und wer nicht und sind die Ersten, die einschreiten, wenn es mal Stress gibt. Ich frage mich schon länger, wie gefährlich dieser Job wirklich ist und wie es sich eigentlich anfühlt, anderen Leuten die Party zu versauen. Deswegen bin ich heute eine Nacht lang auf der Reeperbahn, der bekanntesten Partymeile Deutschlands, mit einem erfahrenen Türsteher unterwegs und werde ihn bei seiner Arbeit begleiten. So eine Nacht auf dem Kiez kann ja schnell ziemlich teuer werden. Besser also, wenn man auch nach zwei Bier seine Finanzen noch im Blick behält. Das geht mit Finanzguru, dem Sponsor des heutigen Videos. Denn egal ob Girokonto, Sparkonto oder sogar Kryptobörse, alles kann bei Finanzguru eingebunden werden und die App kategorisiert dann automatisch sämtliche Einnahmen und Ausgaben. Ihr könnt außerdem all eure laufenden Verträge auswerten lassen. Sollte ein Vertrag zum Beispiel zu teuer sein, habt ihr die Möglichkeit, diesen direkt in der App rechtssicher zu kündigen. Darüber hinaus hilft euch Finanzguru mit individuellen Tipps, eure Finanzen bestmöglich zu organisieren und das Beste daran, in seinen Basisfunktionen ist Finanzguru dauerhaft kostenlos. Solltet ihr mehr Funktionen, wie smarte Budgetvorschläge, das Anzeigen eures frei verfügbaren Einkommens, tiefergehende Analysen oder weitere Features freischalten wollen, lohnt sich vielleicht auch eine Finanzguru Plus-Mitgliedschaft. Die bekommt ihr als Neukunden mit dem Code Tomatolix3 drei Monate lang komplett kostenlos und könnt so den vollen Funktionsumfang der App nutzen. Normalerweise beträgt der Testzeitraum nur sieben Tage. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist die App runterladen, euer Konto verknüpfen und im Reiter mehr auf Finanzguru Plus freischalten tippen. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Felix! Moin, hi! Moin, grüß dich! Dennis, du bist also Türsteher. Wie lange machst du den Job schon? Das ist gute 28 Jahre. Überwiegend den Kiez und seit 26 Jahren fast tatsächlich ausschließlich nur in der großen Freiheit hier, wo wir uns gerade befinden. Was steht heute so an? Wir passen auf, dass das richtige Partyvolk hier reinkommt. Wir wollen fröhliche, nette Gäste haben. Danach sortieren wir aus. Du wirst es merken, wenn Leute dir so ein bisschen suspekt vorkommen, dann merkst du es selber und dann musst du schon für dich entscheiden auch. Ist das einer für unseren Laden oder ist das keiner für den Laden? Wir gucken stichprobenartig immer mal in Taschen, ob es selbst mitgebrachte Getränke dabei sind. Vielleicht auch mal Waffen oder Pfeffergas. Das ist ja grundsätzlich hier verboten. Wir haben hier das Waffenverbotsgesetz tatsächlich auf dem Kiez. Also Schusswaffen, Stichwaffen, Schlagwaffen, Reizgas, Sprühgeräte, alles verboten. Und es ist schon ordentlich, was wir tun haben heute. Das will ich dir schon zeigen. Okay. Das ist unser Eingangsbereich. Ich sehe hier Schild, Zutritt erst am 18. Das heißt, ist unser Job heute auch Ausweiskontrollen machen? Ausweiskontrollen auch. Wir sind halt in der Raucherbar. Nicht-Raucherschutzgesetz sagt halt auch erst ab 18 Jahren, deshalb dürfen wir unter 18 gar nicht reinlassen. Was sind so die Hauptgründe, dass du Leute hier nicht reinlässt? Also wenn die zu viel konsumiert haben, dann nicht nur Alkohol. Manchmal sind die auch Drogen. Ich habe selber viel konsumiert früher. Das heißt also, ich weiß auch, wie man sich verhält. Wie viele Leute passen so in den Laden? Wie viele können wir reinlassen? 100, 120 Leute. Da ist der Laden brechen voll da drinne. Du hast gesehen, die große Freiheit füllt sich langsam. Ganz wichtig ist, wenn wir jetzt da vorne stehen, müssen wir so ein bisschen als Personal auch erkannt werden. Wir haben bei uns mal so kleine, schöne Soft-Share-Jucken. Ey, ich bin sehr gespannt. Ja, super. Dann lass uns an die Tür. Attacke. Halt auf dich auf, ne? So Felix, die besten Hände aus den Taschen, ne? Vom Ziehen wir da die Länge? Okay. Das ist mal ganz wichtig, vorne im Eingangsbereich stehen und tatsächlich mit den Leuten, wenn die rein und in die Kommunikation kommen, ne? Na, Ben. Hallo, hier. Na. Viel Spaß. Na, Ben. Wie alt ist die junge Dame? Hat sie einen Ausweis dabei? Das ist mein Doppel-Ausweis, leider vergessen. Ja, das tut mir leider leid. Du siehst halt noch sehr jung aus. Ich bin 20. Ich kann sie ja gerade nicht nachweisen. Wir dürfen uns nicht böse sein. Wir sind in der Raucherbar. Wir dürfen halt immer erst ab 18 reinlassen, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist für uns schwierig. Okay. Du bist ja verständlich, wir haben. Tut mir leid. Siehst du, wir haben es versucht. Ja. Keine, ich behaupte, sie sah aus wie über 18, aber hätte auch locker unter 18 sein können. Wie ist das denn? Sollte man als Türsteher auch besonders gefährlich aussehen? Ich glaube, wenn du in bestimmten Clubs arbeitest, ist das immer ganz gut, wenn man auch ein bisschen gefährlich aussehen tut. Aber grundsätzlich nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass du gut mit den Gästen umgehen kannst. Das ist das Wichtige. Also wie gehe ich mit den Gästen rum? Wie präsentiere ich mich? Lass ich mir nicht die Wurst vom Teller nehmen. Weißt du, nicht der dominiert den Laden, sondern du dominierst den Laden. Wie hast du das dann gelernt? Im Laufe der Zeit wird man dann immer besser? Das sind Erfahrungswerte tatsächlich über 18, weil ich habe wirklich alte, gute Türsteherjungs an der Seite gehabt, wo ich das alles gelernt habe. Auch wirklich so dieses alleine an der Tür arbeiten ist gar nicht so ohne. Und das wirklich mal durchzusetzen. So wie ich angefangen habe bei der Tür, haben mich Leute böse angeguckt. Na ja, geht mal rein, geht mal rein. Mittlerweile lassen sie das nicht mehr machen. Hallo, na, Ben. Geht mal gerne rein. Ja, guten Abend. Hallo. Ja, guck mal, geht auch. So, klappt auch wunderbar. Super, schön. Lass den Kollegen mal reingucken. Ja, sieht gut aus. Hast du Angst, dass es verloren geht? Alles dabei. Komm gerne rein. Viel Spaß. Kannst du auch, wenn du dir unsicher bist bei Leuten, wenn die weite Taschen haben oder so, kannst du auch hoch rangreifen. Nicht in die Taschen greifen, nicht, dass sie auch mal verletzt sind, irgendwas. Auch von außen kann man immer abtasten, gucken. In anderen Läden zum Beispiel, wo du ein bisschen härteres Publikum hast, so Black Music oder so, da wird auch richtig abgetastet worden. Oder dann wird oben geguckt, an die Seiten geguckt. Nach Waffen oder was? Genau, Waffen, Schlaggegenstände, Messer. Ja, ist halt verboten, aber es gibt viele, die sowas mitschleppen, ne? Viel Spaß. Danke. Ich kann nicht rechnen, aber war bei mir okay. Ja. Dann, viel Spaß. Du hast getrunken, ne? Eigentlich sind wir ganz klar. Ja, eigentlich, aber du machst schon sehr angetrunken einen Eindruck. Also, bei dem Wetter kann man viel Wasser trinken. Ja, du schwankst ja die ganze Zeit, sehe ich ja. Das ist ja nicht böse gemacht. Das ist ordentlich gefeiert, soll ja auch so sein. Wenn ich jetzt reingehe, tu mir einen Gefallen, würde ich nicht mehr so viel trinken. Ja, gerne, klar. Gut. Ich würde auch einhalten, ne? Ich gucke gleich und sonst müssen wir dich rausholen. Ich will erst mal Wasser trinken, ne? Dann bist du ja vorsichtig. Machen wir. Er hat die Brille auf. Sieht gut aus. Viel Spaß. Die hat sich jetzt extra noch den Perse geholt, damit sie hier auch reinkommt. Verrückt. Hat irgendwie eine Stunde gedauert. Aber wenn man das möchte, dann muss man noch leiden, ne? Wie ist das für dich, so die ganze Nacht zu arbeiten? So eine Nacht kann recht lange gehen. Nein, das geht schon an die Substanz, wenn du es so jedes Wochenende machst. Wie lange geht so eine typische Nacht? Drei, vier Uhr definitiv auf jeden Fall. Das schaffst du auch, so durchzuhalten oder hast du irgendwelche Wunsten mit zu ziehen? Nee, nee, nee. Also das war früher immer so mittlerweile, ich bin sauber, ich mach da nix. Das ist früher halt, weil der Kontakt hat, das Rotlecht mir hier und alles war ganz groß. Da hast du auch mal Substanzen, genau wie Kokain an der Tür genommen und so, um ein bisschen wach zu halten, ne? So, wenn du das mit Substanzen gemacht hast, hast du danach dann auch ausgesehen wie so ein leerer Behälter für Pavian, scheiße, ne? Hängst schön durch, diese Depri-Nummer und sowas. Guten Abend, hallo, hallo, warst du schon hier drin? Nein. Kann ich einmal deinen Ausweis sehen? Natürlich. Dankeschön. Wir müssen hier leider schauen. Ich bin 23. Ich bin 20. Okay, das passt. Ja, wir sind dabei. Ja, alles klar. Hallo. Hallo. Kann man in die Tasche gucken, bitte? Ja, okay, du kannst. Das ist nur Geld? Alles klar. Viel Spaß. Vielen Dank. Ist schon komisch gewesen, wenn er Sachen so rausholt, in der Hand versteckt. Kann auch sein, dass er den Podel Gras hat. Ist mir egal, die sollen ja gerne ihre Drogen konsumieren, aber nicht im Laden halt, ne? Würdest du jetzt jemandem Drogen abnehmen oder den einen leiden lassen? Ich würde ihn wegschicken. Ich würde ihn nicht annehmen, weil dann bist du selber auch an meinem Besitz, machst die strafbar. Ne? Wenn jemand ein Messer dabei hat, auch so, wenn die sagen, hier, wenn ich reingehe, mein Messer, dann will ich nichts mit zu tun haben. Pack das so anders denn, aber nicht hier aus dem Laden. Was muss man denn als Türsteher so rechtlich beachten? Ja, dass du die Schwelle nicht überschreitest und Körperverletzungen begehst. Keine Anmaßung, also so zu dich irgendwo rangehen, Leute betatscht oder sowas, ne? Das ist mal ganz wichtig, dass du ungefähr weißt, wo sie an der Grenze sind. Wie ich vorhin sagte, nicht in die Tasche greifen, nicht irgendwo Frauen unsinnig berühren und sowas, ne? Auch Männer nicht, ne? Also das ist auch immer ein No-Go. Grapp schießt die an, mach ich das mit den Handflächen, vorsichtig. Alles klar. Die Taschen dabei, genau, einmal reingucken, ne? Ja, sehr gerne. Super, reicht mir schon. Viel Spaß. Ja, alles gut. Du hast auch reingeguckt. Doch, von Weitem, natürlich. Ne, Weitem siehst du doch nicht. Natürlich, aber das ist ja nicht aufgeräumt. Was soll ich denn da finden? Moment. A-Target, alles gut, viel Spaß. Alles klar. Reicht mir schon, die Trägerin. A-Target. Ey, ich weiß, Digga, ich hab nur gar nichts gemacht, aber dachte, dass ich so diesen Energydrink oder sowas abbekommen hab. Habt ihr gesehen, wer das war? Ich glaub, da vorne. Da war so ein Typ mit etwas längerem Haar. Ich glaub, der war das. Digga, ich bin komplett nass. Also hier wurde gerade ne Dose auf andere Leute geschmissen, aber man ist leider nicht gesehen, wer das war. Ey, es ist auf jeden Fall sehr hektisch und stressig hier. Ich weiß nicht, ob das ein Job für mich nicht aufdauert. Es hat auch immer so ne Gefahr, dass so eine Menge was geflogen kommt, wenn du Leute abgewiesen hast. So, ist immer gefallen. Wenn es so voll ist, das siehst du immer nicht, ne? Schon nach 1 Uhr Zeit, mal ne kleine Pause zu machen. Ja, setz dich. Unsere schönen Dachterrasse. Es ist immer viel wert, wenn du so ne kleinen Ruhe-Ecken hast, wo du mal kurz runterfahren kannst. Was würdest du sagen, wie schlage ich mich bisher? Oh, bis jetzt so ganz gut, ne? Bist locker im Kontakt mit den Leuten. Macht dir dann auch Spaß? Ist schon cool, aber ist auf jeden Fall anstrengender, als ich gedacht habe. Bin jetzt schon komplett fertig eigentlich. Das glaube ich dir. Und die Nacht ist noch nicht vorbei. Kannst du mal erzählen, was für Gefahren so mit deinem Job mit sich kommen? Ja, die Gefahren, die dieser Job mit sich bringt, sind einmal die Leute, die du draußen lässt. Die sich da gekränkt fühlen. Kann sein, wir haben das vorhin gesehen, es kam auf einmal ein Wurfgeschoss. Du kannst haben, wenn du abends Feierabend machst, dass die Leute irgendwo auflauern. Es gibt glaube ich alle Facetten, die da genutzt werden. Deshalb muss man sich immer so neutral wie möglich verhalten. Immer nett sein zu den Leuten, nett lachen. Am Kopf kann man sich was anderes denken, aber einfach die Freundlichkeit bewahren. Was würdest du sagen, was sollte man sonst mitbringen so als Türsteher? Empathie finde ich ganz wichtig, ähm, Mut, Angst darf man auch mitbringen. Also ich finde, eine gesunde Angst ist auch immer ganz wichtig, die Situation genau einzuschätzen. Nicht einfach blind irgendwo rein zu laufen, sondern zu gucken, bringe ich mich selber in Gefahr. Wurdest du schon mal während deiner Arbeit angegriffen oder sogar verletzt? Ja, mir hat mal eine Dose Bier am Kopf gehauen. Ich habe den abgewiesen und der war tierisch sauer und ich habe mich dann ablenken lassen. Dann kam man von der Seite und habe mir dann so eine halbvolle Bierdose so von der Seite in den Kopf geschlagen. Hast du denn irgendwie zwischendurch auch mal Angst, dass du mit irgendwelchen Waffen angegriffen werden könntest? Also irgendwie ein Messer oder sowas? Früher habe ich tatsächlich mit der Schusssicher am Weste gearbeitet, Handschuhe hier, dass man mal Handschuhe anhat. Aber sonst habt ihr ja eigentlich nichts an Ausrüstung irgendwie. Wir befinden uns hier in der Waffenverbotszone. Ja, das heißt, ihr dürft auch nichts tragen. Genau, wenn die Polizei kommt oder in der Kontrolle und du hast irgendwas, es gibt so Tricks, dass du dann halt eine Rolle Papier in der Hand hast oder hier ein Flaschenöffner ist nicht verboten. Aber du merkst, du drückst, da tust du schon weh, ne? Ja, unangenehm. Wenn du das da oben irgendwo ansetzt, dann ist das schon, dass es ein bisschen unangenehm ist. Und dann kannst du auf Druckpunkte einwirken und dann lassen die Leute mal los. Wie ist das so? Was verdient man als Türsteher eigentlich? Tick mehr, wie mir das lohnt. Es kommt immer darauf an, welche Location, was du selber für einen Stundensatz aufrufst, was der Clubbetreiber nur ausgeben möchte, ne? Ich sage mal, es ist immer so eine Marge bei vielen zwischen 15 und 25 Euro die Stunde. Wie redet ihr das? Dann blinken die jetzt. Das heißt, sie rufen Polizei. Jetzt kommen die Jungs gleich angerannt eigentlich. Also da vorne scheint es anscheinend Stress zu geben. Also man sieht, die ganzen Leute leuchten mit ihren Taschenlampen. Das heißt, jetzt gibt es hier Action. Machst du ein Stück weiter gehen? Danke. Auch wenn die Polizei kommt, ist das halt eine andere Nummer. Ja, geh mal ein bisschen weiter, bitte. Ich hab dich gerne befragt. Nee, ich wollte dich erst mal hier. Ja, dann geh bitte ein Stück weiter. Du kommst gerade in meinen Intimbereich. Tu mir den Gefallen. Ich hab dich in Berührung. Ja, dann geh ein Stück weiter, bitte. Tu mir den Gefallen. Ja, klar. Ich zeig dir einfach mal in den Intimbereich. Nimm mir bitte mit, Alter. Das sind immer so die Leute, da hab ich das Gefühl, die kommen hier nach Hamburg gereist. Das hat erzählt ihr über das erste Mal hier. Die kommen wahrscheinlich mit der Bahn hier an. Na, wenn? Klappen den Kopf auf und legen ihr Gehirn irgendwo in einen Rottodendronbusch. Und marschieren dann wie so eine Flachzange über den Kiez. Und so hast du immer ganz oft. Da musst du ruhig bleiben. Ja. Früher hätte ich mir eine Backpfeife gehauen. Ja, wirklich? Früher, oder? Da hätte ich nicht lange gefackelt. Direkt lag ich eine Pflichtstelle. Also das Problem, dass dann die, ne? Heutzutage hat jeder ein Handy in der Hand. Das heißt, die filmen die sofort. Und früher direkt. Das ist der Grund, warum man vorsichtiger ist, weil das gefilmt werden könnte? Nö, mittlerweile bin ich älter geworden, ne? Ich bin, weißt du, ich hab früher, will ich, äh, alle drei Monate, war ich ja mit der Wache, eine Aussage schreiben, irgendwie beim Rechtsanwalt sitzen, weißt du, weil ich mich wieder vertreten lassen musste. Und mittlerweile, ich mach halt viel mit Kommunikation, ich weiß, ich komm mit Kommunikation weiter, als wenn ich jemandem einen Bugs haut. Manchmal ist das so, manchmal brauchen die es tatsächlich so. Aber, äh, ja, ganz entspannt. Wie regelmäßig kommt das vor, dass es da auch mal zu Handgreiflichkeiten kommt? Da gibt's das immer individuell. Ich kann sagen, dass wir drei, drei, vier, fünfmal am Abend hintereinander. Also ich hab in Läden gearbeitet im Madhouse, Black Music, da haben wir am Abend bestimmt neun oder zehnmal, da geht oben ne Alarmsirene und dann rennst du runter in den Keller, in den Laden und dann hast du irgendwie Stress und weißt immer nicht, was dich erwartet. Der Alarm geht und du rennst runter und hast da irgendwie zwei Leute, die die Haare haben, kann auch sein, dass 20 Leute sich da gerade boxen, ne? Das sind immer verschieden. Und du rennst halt mit einer bestimmten Anspannung rein, weil du nicht weißt, was los ist, ne? Und wenn man sich ganz unsicher ist, muss man die Polizei rufen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist auch da, Digga. Ich bin dann auch da. Oh mein Gott, Digga, du bist auch da. Darf ich kurz ein Foto mit dir machen? Wir drehen gerade, leider nicht. Ja, okay, alles gut. Aber schönen Abend noch. Wir sind natürlich auch viele Leute, die mich irgendwie ansprechen, weil die meine Videos kennen. Das hab ich nicht erwartet, dass das so extrem ist. Gehört natürlich dazu. Türsteher einfach. Macht die Arbeit als Türsteher aber nicht gerade leichter, sag ich euch. Aber ihr könnt gerne reinkommen. Dankeschön. Thomas links. Danke. Thomas links. Dennis, also wir sind ja jetzt hier schon eine Weile unterwegs und ich muss sagen, ich finde den Job schon relativ stressig. Was würdest du denn sagen, was sind so die schönen Seiten davon? Also warum machst du das Ganze gerne? Ich hab mal Bock auf Kommunikation, die netten Gäste, die wir haben. Es gibt auch tolle Erlebnisse, die Leute sich freuen, hier reinzukommen. Dass du den Leuten irgendwie dabei hilfst, quasi Spaß zu haben, einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Genau, das ist ja. Du bereitest denen einen schönen Abend hier. Die sind sicher in so einem Laden, müssen keine Angst, ob sie überfallen werden oder den Kopf kriegen oder sowas. So, bitteschön. Es ist jetzt gleich drei Uhr. Vielen Dank, dass du mir heute mal so ein bisschen gezeigt hast, wie das so ist. Aber ey, war schon sehr stressig. Ja, ich merke es auch gerade, ich bin auch echt müde. Ich mach mich jetzt auf jeden Fall auf dem Weg. Vielen Dank. Damit geht meine Nacht als Türsteher zu Ende. Es war echt richtig anstrengend. Also nicht nur, weil ich jetzt irgendwie lange wach sein musste, sondern weil man auch irgendwie die ganze Zeit mit Betrunkenen zu tun hat, es super laut ist. Das ist wirklich nicht ohne. Also ich habe großen Respekt vor Dennis und allen anderen, die das regelmäßig machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das Ganze was für euch wäre. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.